Hi! Bald ist wieder Ostern und der Osterhase, der braucht ganz viele Ostereier. Woher bekommt er die? Von den Hühnern natürlich. Und die Hennen sitzen jetzt schon ganz doll auf ihren Nestern und legen ein Ei nach dem anderen. Das nächste Lied, das jetzt kommt, heißt Die Henne sitzt auf ihrem Nest. Die Henne sitzt auf ihrem Nest und brütet nun ganz fest, fest, fest. Die Henne sitzt auf ihrem Nest und brütet nun ganz fest. Go, go, Bibi. Verknackst das Ei, wann ist so weit, fragt nun der Gockelhahn, Hahn, Hahn. Verknackst das Ei, wann ist so weit, fragt nun der Gockelhahn. Go, go, pipi, go, go, pipi, go, 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 pipi Die Hände sind schon lange Zeit, nun ist es doch so weit, weit, weit Die Hände sind schon lange Zeit, nun ist es doch so weit Die Schale knackst, wer kommt denn da? Ein Küken ist hurra, hurra Die Schale knackst, wer kommt denn da? Ein Küken ist hurra Go, go, pipi, go, go, pipi, go, 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 pipi Die nächsten schlüpfen auch schnell aus, stolzieren nun heraus, raus, raus Die nächsten schlüpfen auch schnell aus, stolzieren nun heraus Go, go, pipi, go, go, pipi, go, 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 pipi Go, go, pipi, go, go, pipi, go, 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 pipi Der Gockelhahn, der freut sich sehr, die Kinder werden mehr, mehr, mehr Der Gockelhahn, der freut sich sehr, die Kinder werden mehr Go, go, pipi, go, go, pipi, go, 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 pipi Der Glockelhahn, der freut sich sehr, die Kinder werden schon Video 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 Video